Und penetriert den Junkfern. Ganz frech, aber ganz frech. Mach das. Ich würde gerne was töten hier, wegen Fleisch, aber ich finde halt nichts, was... Was ist mit dem Obi hier? Was für Level ist denn der? Echt? 144, der rennt doch immer weg. Gut, alles klar. Dann töten wir den Obi, der immer wegrennt. Vielleicht geht's ja... Ich komm nicht mal nach. Gunter Schmidt, grüß dich, moin moin. Und Fulfis, schönen guten Morgen. Wie jetz, wie steht's? Der rennt auch wieder hinten hin. Guck mal, die... Die waren alle zu den Wölfen, oder was? Ja, ja, der andere ja immer auch. Vorsicht dann, dann bleiben wir lieber, oder? Und passt hier, kriegt der jetzt noch ab, ja. Niki, grüß dich, schön, dass du da bist. Wir haben keine Sachen, da ist ein anderer Service, eine andere Map. Ja. Deswegen müssen wir wieder von Anfang an fangen. Nee, der ist zu schnell, das kannst du knicken. Noch nicht, ja. Ich hab Speed nur 120. Und Penetron vielleicht töten? Hier, Schrittgrüter 8. Schrittgrüter 8. Zähmen? Nein, töten. Fleisch. So, okay. Wir haben unsere Lagermöglichkeiten ein wenig aufgestellt. Wunderbar. Stimmt. Ha? Kekse isst, ist das die Hausfrau hier. Von uns dreien. Ich bin der Jäger. Du bist die Architektin und Kekse isst die Hausfrau. Du Scheiße. Ein Euro von Karma Kamuai. Oh, herzlichen Dank für das du den Herzenfack in der Früh her. Jetzt sind wir, glaube ich, alle wach hier. Und zwar, was schreibst du hier da für Schweinereien? So, ach, ich muss dieses Tool wieder neu starten. Junge, Junge, da schreit aber auch immer, dass ich was zusammengehe. Alter. Jetzt hat Tool neu gestartet. Hier, na, alle wach. Guten Morgen allen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Morgen. Vielen herzlichen Dank, Karma Komoa. Du frechen Stück. Nein, echt? Nee, war nur Spaß. Wann um Parabria? Wann um Parabria? Ja. Biatsch. Können wir den Pedanthron auch töten über 16? Oder ist der zu? Er hebt doch direkt ab. Mit der Waffen machen wir keinen Schaden. Aber ein bisschen Fleisch. Habe ich 38 Fleisch. Passt. Also bis jetzt. Also kann ich wieder ein bisschen was wollen. Wunderbar. Also bis jetzt läuft's. Gulasch, verstehe. Wir wissen nicht, wir testen. Ist das der erste Tag? Sind die ersten paar Stunden, die ersten paar Minuten auf einer neuen Map? Mal schauen. Also für uns neu. Ihr kennt sie bestimmt schon. Bist du schon 35, Schatzi? Ähm, nein. Negativ. Mach mal Himmel. Ja, positiv. Ich bin dabei. Jetzt stresst mich nicht so. Ich muss mich konservieren hier. Kriegst du schon umsortiert? Sunderbar. So, ich tu mal die Aura rein. So, was ist mit dem, was ist mit dem Tristaraptos da? Lebt der noch? Achso, ich guck mal hier. Bring mal Penatron mit nach Hause. Er steht mir so einsam und verlassen da hinten. Komm mit. Mach dir unser tolles Häuschen an. Genau, setz dich doch einfach aufs Bett. Kein Problem. Echt? Ist er gelandet oder was? Ja. Geil. Du weißt, wohin gehört. Ich bin sie schon zu Hause. Passt, ja. So, okay. Der ist gleich fertig, der Trike. Und du meinst, die Wölfe campen immer noch da hinten? Also ich hab die eben laufen sehen, ja. Oh, laufen ist immer schlecht. Laufen ist schlecht, so. Oh, meine Mütze ist ja eben kaputt gegangen. Da war ja was. Ich farm ein bisschen einfach Holz hier. Ein bisschen attached. Brauchen wir eh viel. Kann man noch ein 2-Dockel tragen? Preserving Bin oder was? Ja. Wunderbar. Also der neue Nightbot funktioniert echt gut hier. Gefällt mir. Was hältst du für einen neuen Nightbot, Schatzi? Ich find den gut, ja. Ist ganz nett. Mach doch seine Arbeit gründlich. Hab ihn grad wieder gesehen. Oh. Morgen, Lina. Alinchen. Schönen guten Morgen, ja. Ja, da siehst du richtig hier. Schari, Keksi und meine Wenigkeit haben hier angefangen. Schwein reinzumachen. Stimmt, die Bären kann mir in Preserving mit reinpacken. Hey Josie, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, jetzt kann ich nichts mehr tragen. Ich komme nach Hause und bringe die Beute mit Tetsch und Wood. Mach das. Na, die Bären wollte ich doch gar nicht. Mal zurück in die Box. Wow, Kekse hier voll organisiert schon, oder was? Das geht ab mit dir. Perfekt. Krass. Wo ist mein Black Hole Safe? Vor allem, schau mal, er nutzt den Raum optimal. Ja, Wahnsinn. Dem brauchst du nur eine Foundation klatschen und dann ist alles voll. Super. So muss das sein, ja. Hey, Dose. Grüß dich. What's up? Sub, sub. Cool. Wenn dann die Sachen auch noch beschriffelt sind, weiß ich, wo sie hingehören. Ich habe hier schon mal Dominar-Aufschicht Quatsch aus hier. Ist da genug Leder da? Super, ne? Sieht, gefällt mir. Sieht cool aus hier. Schau mal. Ja, ist cool. Wenn wir drum herumziehen und fertig, das war's. Reiche. Sauber. Mh, BTC. Merci, merci dir für dein Follow. Hab Spaß. Genieß die Show und liebe Grüße aus. München, aus dem Saarland, aus Walhalla, von den Shigo Islands. Ein Kleinkauf bei Braunschweig und von Bötsche. Schicken wir dir direkt nach Hause? Einfach so. Ganz frech. Aber ganz frech, mein Freund. Ja, Fulvius. Ist auf jeden Fall ein saugeiles Spiel. Wir spielen es ja schon seit 4. Juni ungefähr, glaube ich, oder so. 2015. Ein paar Tage nach Release. Saugeil. So. Die Boxen sind nicht beschriftet. Was muss ich wo rein? Tue ich dann doch mal kreuzin quer rein. Nachher wird schon jemand schimpfen. Mal hier was rein. Mal da was rein. Ja. Das ist doch okay. Preserving bin es auch da. Ich bin mal frei. Oh, schau mal. Ein Trillo-Bite. Den müssen wir killen. Den haben wir gleich Perlen und Öl. Ich habe noch ein bisschen Platz für hier irgendwas. Wenn das in Ordnung ist. Aber logisch. Das sei dir gestattet. Vielen Dank. Wir schon. Jetzt macht noch Chaos. Alles klar. Super. Tillo-Bite. Da krieg ich nicht mehr das Viech da. Ja gut, das ist ja auch verdammt hartes Scheißviech. Unsere ersten Ölen und Perlen hier. Ich glaube, das Trike ist fertig. Das steht da vorne. Krass. Weil man was für ein metallisches Geräusch macht hier. Ja. Boah. Chitin. Perlenöl. Trike ist fertig. Jawoll. Juhu. Wie möchtest du denn das neue Trike nennen hier? Hm. Keksi kann auch vorschlagen natürlich hier. Keksi? Male oder female? Male. Oh. Female hätte ich vielleicht gleich einen Namen gehabt haben. Ja, keine Ahnung. Ach Gott, das ist ja langsam. Das hat noch keinen Sattel, ne? Keinen Buffsattel. Nee, einen Buffsattel kann man erst mit 40 oder so lernen. Apropos. Ein Level noch. Und nicht mehr, nicht mehr viel. Aber für Trike geht eigentlich der Sattel. Der normale. Wir müssen eh den normalen auch lernen. Wegen Bären. Äh, ich lerne den mal. Trike. Ach, aber ist das schon ein Level ab? Ne, Level 12 ist der Trike Sattel. Da ist es ein anderer. Das andere war für Penatronis 35. Den kann ich jetzt bauen, dann. Ich tu mal Chitin, Perlen und Öl da rein. Keksi. Aber ich glaube, wir brauchen einen Zementpaste dafür. Bin mir nicht sicher. Heid, Fiber, Wood. Schau mal. Haben wir noch Heid? Heid, Fiber, Wood. Oh, 75 Chitin oder Keratin brauchen wir. Echt? Ist nicht schlimm. Ich habe 33 hier. Sattel. Nebenwärt geholt aus von dem Ding. Oh, 140 Heid. Ich brauche 140 Heid für den Trike Sattel. Hast du noch Heid? In der Kiste. Musst du mal gucken, 44 sind drin. 140 bräuchten wir. Ich komme nicht an Keksi vorbein. Du Arsch hast ja Heidsachen gemacht. Hätten genug Heid gehabt. Ja. Meine Rüstung war ja schon kaputt. Also zumindest zwei Teile, glaube ich. Dann müssen wir noch auf die Jagd gehen. Was ist denn diese Schülgröte hier? Nur eins? Okay. Na egal. Schülgröte hat Level 16. Gucken wir mal. Aua. Okay. Ein Speer kaputt. Zweiter Speer kaputt. Boah. Dritter Speer kaputt. Was soll das? Verdammt hart, gell? Oh, okay. Noch ein Feindbuch. Wer ich? Ja. Was habe ich gerade reif gehören? Habe ich nicht? Ja, haben wir Facebook. Aber natürlich haben wir Facebook. Logisch. Hier. Sozial. Bitteschön. Da, schau mal. Da ist Facebook. Wieso machst du dir ein Nightbot auch? Schau mal, der verarscht uns. Ja. Es war schon mal so, der Nightbot. Wenn ich es gemacht habe, oder kommt die Frage automatisch? Wenn du dir mal im Chat Facebook schreibst, schreibst du, ob Nightbot ist. Hier findest du den Facebook-Link. Wenn du möchtest. Wollen wir mal einen 32er-Tike töten? Meinst du, dass es klappt? Ich brauche noch ein paar Speer, denn meine sind jetzt kaputt gegangen. Jetzt habe ich noch ein paar Bären. Aber wir können ja noch mit Pfeilen im Bogen schießen. Klar, sicher. Doch, es klappt. Nur mit Pfeilen ohne Speer. Jo. Ah gut, dann muss ich mir die Pfeile holen. Ich habe nur ein paar Trank-Pfeile in der Tasche. Keine normalen. Müssten noch welche da sein? Oh, ich muss sowieso zurück. Mein Flash geht gerade kaputt hier. Äh, wieso nicht? Und ja, das ist für uns eine neue Map hier, Landboy. Wir wollen ja mehr entdecken, mehr sehen. Und jetzt haben wir noch einen dritten. Argentavis ist hier vorne. Ähm, Argentavis in der Nähe. Schau mal, was für Level. Und wegen vielleicht Zähmen. Ähm, haben wir noch Narkotiks? Ich habe nämlich nur noch vier Pfeile. Dann schau mal. Baut die und ich guck mal, was für Level er hat. Wo ist er denn? Hier vorne beim Bronto. Vorm Bronto bei einem... Ah, da hinten. Ich opfer mich vielleicht für ihn. Weiß nicht, vielleicht überlebe ich es auch nicht. Vielleicht vorher ausziehen, oder? Äh, ist ja egal. Guck mal mal. Argentavis, hallo. Wie geht es dir? Level... Wenn du wegrennst, aber nicht mehr so richtig. Level 16, Level 16 geht. Komm, wir können drauf schießen. Warte. Einen hat er schon. Ja. In der Fresse. Zwei. Von mir auch einen. Also wenn wir den haben, haben wir schon fast gewonnen. Der sieht sogar schön aus. Was, ich laufe einfach, laufe weg. Lauf zu mir. Lauf zu mir. Ich wollte von meiner hinten in die Richtung unserer Tiere zu laufen. Das macht ja nichts. Ich hab keine... Achso, ich hab keine Pfeile mehr. Also musst du schießen jetzt. Ich hab noch ein paar... Nur wenn es... Erst unten, erst down, erst down, erst down. Perfekt, perfekt. Sau geil. Argentavis, Level... Eigentlich Level, scheißegal. Level 16. Ich pass auf. Zehn Fleisch hab ich. Passt, passt. Oh, geil. Ich, äh... Ich, äh... Konzentriert in den Schränken hier. Das, was du siehst, kenn... Sehe ich, äh... Kann... Ich kann dir nicht nur zeigen, das, was du hier sehe, Larnboy. Mehr kann ich dir nicht zeigen. Hier, kurz die Map. Aber ich kenn das ja alles nicht hier. Das ist die Map, so. Okay, in der Cortex hab ich jetzt 15 und Flash 10. Wunderbar. Ich schau mal nach. Level 16 müsste ja gleich gezähmt sind hier eigentlich. Geil. Eigentlich schon, ja. Level 16. Argentavis. Da. Äh... Boah, doch 22 Minuten mit Raw Meat Tape. Mit Freisans 9 Minuten. Ja, gut. Bein haben wir leider noch keinen. Sollen wir den Pronto killen? Meinst du, den schaffen wir? Nee. Der schafft unten schon mit seinem Schwanz. Den heben wir uns lieber auf, so. Mmh. Würde ich auch sagen, ja. Ui, die Kekse ist am Umrollen. Perfekt. Shigo Island heißt die Map. Mehrzahl Shigo Islands, genau. Twix Mojai, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie jetzt? Wie steht's? Werner? Also, für uns jetzt neu, wir haben sie nicht gespielt. Für euch weiß ich nicht, kennen einige schon. Aber kann man sagen, für uns neu. Ihr wollt irgendwas töten, oder? Ja, da hinten den Track vielleicht, aber dann müssen wir den Kling hier alleine lassen. Na, wie lösche ich erstellte Ordner? Escape drücken, auswählen und Escape einfach drücken. Entfernen dann einfach. Draufklicken, entfernen, drücken. Ist es selber. Echt? Ja klar. Okay, wunderbar. Fünftige. Beides geht. Okay, sind wir auf den...